Wer hat nicht schon mal von ihnen gehört? Märchenhafte, mystische, fliegende und feuerspeiende Riesenechsen, die es laut vieler Sagen und Legenden überall auf der Welt geben soll und die anders als die Dinosaurier noch heute leben, versteckt in Höhlen großer Berge und im Schutz unzugänglicher Wälder. Doch liegen diese Legenden wirklich so weit entfernt von der Wahrheit? Das Thema heute, mysteriöse Drachensichtungen auf Kamera. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mexiko's media exploded because of a sudden discovery in Monterey. A most mysterious creature was found in the wilderness. When a group came upon the animal, they decided to capture it in an attempt to identify it. They had never seen anything quite like it before. The group immediately contacted a news station about it. The creature is seen being held and examined as the footage rolls. It was petite enough to be held and it never seemed to be... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.